Jo, moin moin, die Flüte, und auch heute, liebe Landraten und Reaktieren, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stellaris, in den immer weniger unendlichen Weiten, mit dem Valvorik, dessen Reich mittlerweile unendlich groß ist. Was? Was? Na, also, danke fürs Loben, ne? Jo, geht schon ganz schön gut voran. Weiß nicht, ob ich auch was dazu gewinne, dadurch, dass ich die Einzelbedrohung zurückdränge. Ob dem das Lob gebührt, quasi, der sie zurückdrängt. Eh, ich weiß nicht. Und sie wird kleiner und kleiner. Winzig! Also, drei Planeten hat's jetzt noch, also drei Sektoren. Und in allen drei Stich trinken. So, hier noch. Da noch. Oh, wie klein, ey. Wie mickrig und süß. Moi. Bin gespannt, was passiert, wenn die Planeten zerstört sind. Der Endzeitbedrohungsbesiegt nächste kommt. Fail. Verdammt, die andere hat die nächstens aufgehört. Die fängt gerade nicht an. Hostile Fleet engaged. Ich hoffe nur eins, dass wir die Planeten wieder, ähm, terraformen können, irgendwann mal. Hm. Ja, aber wirklich, ohne Witz. Was passiert dann? Nee, sie ist halt weg. Und wir sind wieder allein, allein. Nee, nee, müssen wir alle Flotten noch zerstören? Ja, das vermute ich. Auch die ganzen Konstruktionsschiffer? Wahrscheinlich, oder? Ja. Sie versuchen so auf jeden Fall jetzt noch massiv, mich daran zu hindern. Außer Hilfe? Kommen überall in die... Außer Hilfe? Situation log updated. Ah, ist ja nicht so recht. Ich weh, ich so schnisch. Wie ist es nicht? Oh, oh, okay. Krass. Ich bin gerade an zwei Riesenfights. Also Riesenfights, weil meine Flocken ja oft gedröselt sind. Hostile Fleet Engaged. Äh, welcher Sektor? Gyan Fahre. Situation log updated. Das letzte Aufgebot, die Endzeitbedrohung. Hostile Fleet Engaged. Und, ähm, Taran, T-H-A. Also Doppel-A. Ta-A. Taran. Sehen aber beide ganz gut aus, die Fights. Aber, man merkt, schon mehr Widerstand von denen. Situation log updated. Wie kannst du ein Situation log updated? Hast du ein Fleet Engaged? T-H. T-H, 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 T-H. Mal wieder mehr Schiffe bauen. Nächster Krieg kommt bestimmt. N1 gewiss ist. Jetzt fehlen wir mal die Mineralien. Ich hab 2000 So, den Planeten noch bombardieren Hau ab, hau ab Science-Ship Da oben Machst du grad doch was? Nee, stehst nur doof rum Äh, ja Situation log updated Also nicht wuchen Wer ist da verreckt? Wissenschaftler Nein, es hat das Forschungsschiff gerissen Nein, nicht schon wieder Dafür könnte das jetzt gleich einen Sieg geben Gegen die Endzeit-Bedrohung Hooray, hooray Guck, einen Planeten haben die noch Alter, das ist so Oh, du hast keine Grenzreichweite mehr da oben Es hat mal aufgehört Nein Schick alle Flotten in den Heim In den Sektor da Ja, haben sie noch drei Planeten Na, immerhin, na Showdown in Afreschan Ich bin gespannt, was gleich passiert, Anu Ach, sicher Bik, du wirst es übersehen Aber Ich glaube nicht Bist du auch live dabei? Naja, von oben gucke ich rein in die Galaxiekarte, was dann passiert Ich wette hier einfach nur, dass der Pnöpel orange weggeht Blau ein bisschen ausbeult und dann war's das Der Pnöpel geht weg und Blaupold aus Bisher kann ich es auch nicht sagen Beste Zusammenfassung, F-A-F-A 21, also wollte ich mich auf Marm nehmen oder was? Du wirst mich verurschen oder was? Na, ein Planet weg Zweiter Planet weg Jetzt wird's spannend, Anu Jetzt wird's spannend Der letzte Planet Die Trommelwirbel, Trommelwirbel Ach, Feschan 3A Fällt in 3 2 1 Happy New Year Das Ende der Plage Kam sogar tatsächlich hat Feuerwerk Zufrieden plus 20% Für 12 Monate Wir sind Wir sind auf Berührungskurs da unten Unsere Grenzen sind fast zweieinander Ich bin gespannt Sind die jetzt nach wie vor da? Ne, die sind weg Sind auch von meinen Soyun abgezogen Die sind weg Ach, nur die sind weg Wir sind wieder allein, allein Aber ich hab da noch ganz viele rote E's Haha Und die Ruckbart beleidigen uns gleich mal Wir finden sonst nichts E's Ja, vielleicht Fliegen wir in das System Vielleicht warnen sie da mal Und sind jetzt weg Das könnte sein Stimmt Oder die müssen wir nach wie vor Platt machen So, ich brauch auf jeden Fall noch ein Forschungsschiff So viele So viele Sachen zum Forschen da Jetzt kann ich ja uneingeschränkt erforschen Wir brauchen mal gleich zwei Was willst du denn eigentlich erforschen? Die ganzen Trümmer Da sind noch Trümmer? Ich hab ja mega viel rumgefightet Die sieht nur der, der sie besiegt hat, glaub ich Nice, Arno Virtual High Five Au Das ist ja nice, hm Das ist ja nice Nice, 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 nice Die ganzen Rufzeichen gehen in meinem Gebiet Ey, alter Schwede Nice 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 Ja, dann tut's da mal fleißig weiter. Ich sehe ja schön, die Endzeitbedrohung ist weg. Ich werde beknackt. So, sind wir wieder befreit? Nehme neu. WTF? Ich raff das Spiel nicht. Ich raff es nicht. Ich raff es nicht. Weißt du, was ich jetzt an Energiecredits mache? 664. Vielleicht wegen der Zufriedenheit. Oh. Die hält nur zwölf Monate. Weißt du, was ich für Energiecredits mache? Ne. Minus 39. Kein Kommentar. Also, wenn du so ein bisschen was rumliegen hast, nicht abgeneigt. Ja, ich habe es nicht abgeladen. Warte, 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 warte. Wo bist du denn da? Bist du denn? Oh, ich kann ja den Killgack lehren. Entschuldigung. Scherz point. Jetzt wo wir ein Grenzkontext haben. Was ist das denn? Erinnert mich an eine hinterhaltige Aktion in... Ich weiß gar nicht, war das mit Tobos zusammen? Ich weiß gar nicht, mit wem ich da... Feige von hinten. Das kann man jetzt auch falsch verstehen. Weißt du, sind diese Folgen eigentlich jemals online gegangen oder haben wir das dann abgebrochen, wegen dem, dass es sich dann alles aufgehängt hat? Doch, online gegangen sind schon. Okay. Aber es war halt... Mir hat es nicht gefallen. Ach. Ach. Vergeben, vergessen. Oh, die Arschaktion. So. Obwohl, weißt du, eigentlich... Wenn ich jetzt... Hm? Ehe... Wenn du was? ...so gute Laune hab bei meinem Volk... Erklärst mir den Krieg. Ne, was? Äh, hier ist es gerade. Zack. Ach, äh, eklige Abweichung. Planeten bombardieren und sowas. Nö, das brauch ich gar nicht. Also, Planeten bombardieren kann... Wenn der Feind sie befestigt hat... Ich kann auch die von der Endzeitbedrohung bombardieren, ja. Ähm... Ich kann sie nur nicht bombardieren, wenn keine Verteidigung drauf ist. Weil dann würde ich ja die Zivilisation direkt angreifen. Also, die Zivilisten. Ja, und? Joa, shit. Der eine und auch der andere, der mag das nicht so. Na, geh. Die sind so Brüder. Was soll ich jetzt noch anstellen? Der eine und der untere mag das nicht so. Okay, hör mal auf, Ando. Bin ich die schon hier? One nice Endzeitbedrohung weg. Kommt sicher gleich die zweite. Aber wir sind so geil, wir klatschen alles weg, glaube ich. Das waren die letzten Worte. Nice, Ando. Boah, jetzt sieht das hier schon ein bisschen nett aus. Also, das hier, sage ich, die Galaxie. Macht was her, ne? Ja. Wie das Gefallene reicht rein, schau dir im Vergleich zu mir, von der Größe. Ist schon super. Das ist mittlerweile eins der kleinsten. Ja, neben der Erde und den rontoyanischen Untertan-Dingern da unten, die man nicht mehr auseinanderhalten kann. Hm. So, hm, was mache ich denn? Was mache ich denn jetzt? Ist schon langweilig, so ohne Gefallene ist recht. Also ohne EZ-Druck. Ich brauche ja niemals, was ich tun soll. Ja. Ich raff's nicht. Ach, sind die zwölf Monate schon rum? Verdammt. Jetzt mache ich nur noch 240. Naja. Ich mache Plus. 76. Echt? Okay. Na, weil ich im Raum auch viel stehe. Achso. Gut. Also bei der Erde hätte ich gern das Soul-System, weil Heimatwelt und Alpha Centauri wäre auch nicht schlecht. Debris analysiert. Ruckbutton. Den ganzen kleinen Shit, glaube ich, nehme ich da jeder mal weg. Das ist Shit. Hostile Fleet engaged. Und mittlerweile sind Zucker Khan und Kel Asan wiederum Freunde. Also die werde ich auch nie durchblicken. Situation log updated. Ich glaube, keiner hat mir noch Zeit. Ich wusste, was ich jetzt sein soll. Hostile Fleet engaged. Situation log updated. Wieso kann ich denn Ruckbutt nicht... Hä? Wieso kann ich mir denn das nicht schnappen? Ruckbutt. Wo ist Ruckbutt? Wer ist denn das? Egemonie auf Ruckbutt? Führt der Erde? Wenn ich jetzt der Erde... Sie sind Muttertan. Du musst den Haupt den Krieg erklären, genau. Den Krieg erklären? Dann musst du da den Planeten raussuchen. Dann finde ich das System aber nicht. Du bist aber gegen. Oder du musst ihn erst befreien und dann nochmal... Kann aber sein, dass er dann untertan wird. Wie befreie ich denn den? Wenn ich ihn nicht mal finde, das fehlt da. Hast du die Möglichkeit? Ich? Die Menschen hier? Ja, naja. Guck mal an, ob du es überhaupt finden würdest. Wenn du den Menschen den Krieg erklärst und ein Ruckbutt eingibst in das Suchsystem, ob du dann irgendwas findest. Ach, da kann man auch such... Ich will gar nicht wissen, wie oft die Leute die das schon geschrieben haben in den Kommentaren. Ja, schon in der letzten Woche. Sucht euch doch nicht doof, da kann man das auch tippen. Hm, das ist interessant. Finde ich nämlich nicht. Dieses WAU finde ich schon da oben. Dieser kleine Furz da bei Zucker, Kahn und Keller, Sahn. Das gibt's, aber es gibt dieses Ruckbad nicht. Ist ja komisch. Das ist einer verstehen, oder nicht? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es auch nicht. Achso, Alpha Centauri haben die auch tausende... Ach, komm, Erde. Erde, du gehst vom Sack. Was ist der für Planeten haben? So in der steht, Erde. Mal lassen. St. Georgiev und das auch verlassen. Das auch verlassen. Verlassen, verlassen, verlassen. Hier soll ich die Rolle verlassen. Krüsch. 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 Grenzreichweiter plus 5% äh, plus 10% dann das nehmen wir doch. So, Menschen. Habt ihr irgendwo noch ein Flötchen, was ich gerne, was ich mir schnappen könnte? Und die sieht doch gut aus. Das sind 9K-Flotte in Suhl. Und eine 16- und 31-K-Flotte in Arcturus. Da bin ich unterwegs. Akturus, das klingt gut. Akturus, das klingt nach uns. Oh ja, jetzt sind die ganzen Stations under attack. Upsi. 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 Enemy planet secured. Upsi. Upsi. Ich habe ihn nicht gesehen. und die ultimative schlacht meine flotte gegen die komplette 70k flotte die haben die keller sahen und die zucker kann dass sich die mal gemeinsam glaubt mir niemand situation und updated situation updated flotte besiegt 34 prozent krieg start echt ja hier geblieben hier geblieben hallo und nicht abfahren ihr werdet doch nicht abfahren da wie die flotte stehen bleiben sie sind verhaftet bis hierhin und nicht weiter hier wird der schlussstrich gezogen ach geile geiler film bester film nach wie vor hier Untertitelung des ZDF, 2020